Ich begrüße euch, meine lieben Freundinnen und Freunde, zu der zweiten Ausgabe von Wir spielen dem Videoformat, in dem wir uns über unser allerliebstes Hobby unterhalten, und zwar Gaming. Ich bin wieder nicht alleine, ich habe mir den Alexander Amon aus dem Webstandard wieder dazu geholt. Schön, dass du dabei bist. Danke. Und heute reden wir darüber, was uns denn im Juni so gamingtechnisch erwarten wird oder vielleicht auch nicht. Let's go. Alex, wir hatten eigentlich bis dato ein, ich würde sagen, solides Gaming-Jahr. Jetzt, der Juni, ist tatsächlich gar nicht so aufregend. Hauptsächlich geht es um Events, weil es gibt ja keine E3, jetzt haben wir da irgendwie so ein paar kleinere und größere Events, die uns das irgendwie, sag ich mal, ersetzen sollen. Was haben wir denn da eigentlich so am Timetable? Ja, eigentlich sehr viel und auch schon über Jahre hat sich das entwickelt, dass dieses Summer Game Fest, eigentlich die E3 so ein bisschen abgelöst hat von den coolen Ankündigungen. Das hat eine Ex-Journalistin, die ins Leben gerufen und es ist jedes Jahr gewachsen. Und das war letztes Jahr schon ein Feuerwerk von, weiß ich nicht, das hat dreieinhalb Stunden dauert und ich glaube 100 Spiele gezeigt worden. Und das wird auch dieses Jahr mit Sicherheit das Highlight. Das ist, glaube ich, am 6. Juni. Ich habe es mir aufgeschrieben. Es ist am 9. Juni. Am 9. Juni, siehst du, das ist immer mit den Zahlendrehern. Also am 9. Juni, da geht es quasi los, das ist die Pseudo-E3-Woche quasi, wo zahlreiche Hersteller Events machen. Und er macht quasi den Kick-Off und hat auch schon in Interviews verraten, es wird toll. Wow. Natürlich, aber weltexklusive Ankündigungen. Es wird Gameplay geben zu diversen Spielen, wo man vielleicht bisher nur einen Titel kennt. Und es sollen auch Stargäste kommen. Weiß man schon irgendwas Konkreteres außer Weltankündigung oder neues Gameplay? Es gibt halt ganz viele Titel, die so im Äther schwirren. Es gibt Nightingale zum Beispiel und ganz viele so Titel, die man irgendwo mal gehört hat, die vielleicht sogar letztes Jahr mal kurz angeteasert worden sind, die unglaublich gut aussahen, weil sie scheinbar direkt für den Exchanger produziert wurden, aber man seitdem nichts mehr gehört hat. Und ich gehe stark davon aus, dass diese Titel dieses Jahr wahrscheinlich sogar dominieren werden. Was erwartest du dir von diesem Summer Game Fest? Beziehungsweise was würdest du dir wünschen? Ein Release-Datum für God of War um dann 2022 im Namen. Aber ja, was ich sehr hoffe, ist eben dieses, was ich schon angesprochen habe, dass wir jetzt langsam in die Phase kommen, wo wir Next-Gen-Titel sehen, also die wirklich die Hardware von der PlayStation 5 und der Xbox Series irgendwie ausnutzen. Also die, die quasi von Anfang an für Next-Gen entwickelt worden sind. Genau, weil bisher hatten wir einfach die ganze Zeit Titel, die auch für die alte Generation erscheinen mussten, auch ein God of War gehört da noch dazu und das spricht überhaupt nicht gegen die Qualität dieser Spiele, aber in Wirklichkeit. Die meisten Leute haben sich die neue Konsole geholt, also die, die es bekommen haben, um einfach optisch nochmal einen Sprung zu machen. Und der hat bis jetzt so ein bisschen gefehlt und ich glaube, da werden wir einige sehen, gerade jetzt auch nach dieser Unreal 5-Demonstration vor ein paar Wochen. Ich glaube, da kommt was. Aber hast du da spezielle Namen im Kopf oder spezielle Titel? Oder ist das eben so, wie du sagst, so irgendwelche, die im Ethermann irgendwo mal gehört haben? Oder hast du für dich persönlich jetzt so den Titel oder die zwei, drei Titel, wo du sagst, abgesehen vom Release-Datum von God of War, das möchtest du sehen? Also ich freue mich tatsächlich, ich habe die Zahl vergessen, weil ich es ein bisschen mit Zahlen habe, aber Dragon's Dogma feiert dieser Tage den Geburtstag, kennst du wahrscheinlich nicht, da bist du zu jung, aber es war mal ein sehr cooles Rollenspiel und da warten eigentlich alle auf einen zweiten Teil. Und das ist so ein Ding, das immer so in der Luft schwebt und jetzt auch Capcom teasert immer so ein bisschen, wie ganz viele Firmen halt Sachen immer teasern und man weiß es nicht, aber so eine Ankündigung von Dragon's Dogma 2 von Capcom mit Multiplayer-Modus, weil den gab es im ersten Teil nicht. Das wäre zum Beispiel ein schönes Announcement und das From Software vielleicht was über den DLC von Elden Ring verrät. Hey, wir sind fertig, er kommt in vier Wochen. Ja, das wäre nice. Ich habe es immer noch nicht angefangen. Ich weiß, weil wenn ich es mir kaufe, weiß ich, ich brauche jetzt 150 plus Stunden, die ich mir Zeit nehmen muss und ich habe so ein bisschen zu viel noch auf meinem Stapel, den ich vorher noch abarbeiten möchte. Aber auf was freust du dich? Hast du irgendwelche konkreten Titel? Es kommt mir jetzt gerade, weil du gesagt hast, DLC. Ich würde mich extrem freuen, wenn das möglich wäre, auf ein Cyberpunk-DLC. Ich habe die Hoffnung ein bisschen aufgegeben, aber ich hoffe sehr darauf, dass die das noch irgendwie machen. Aber sie haben einen angekündigt, der kommt aber erst 2023. Das ist mir jetzt neu gewesen. Ich glaube, man hat noch nichts gesehen. Also sie haben nur gesagt, dass es einen geben wird. Okay, dann hoffe ich vielleicht auf irgendwas. Das würde mich wirklich, wirklich sehr, sehr freuen, weil ich habe Cyberpunk erst dieses Jahr gespielt, kurz vorm 1.5er-Patch und ich habe es dir schon mal gesagt, total begeistert, ich liebe dieses Spiel. Ja, ich weiß, unpopular opinion, aber ist so. Ich will da einfach noch ein bisschen mehr davon haben. Und eventuell fände ich cool, ein bisschen mehr von diesem Open-World-Sonic zu sehen, das die letztes Jahr, glaube ich, angekündigt haben mit einfach nur so einem Reveal-Trailer, wo man nichts weiß und die letzten, was 15 Sonic-Spiele in 3D waren eh alle ziemlicher Trash. Also ich gebe aber auch die Hoffnung nicht auf, dass sie es irgendwann mal wieder hinbekommen, ein cooles Sonic hinzukriegen und vielleicht wird das, also dieses Sonic Frontiers, glaube ich, heißt, das, was Breath of the Wild für Zelda und Odyssey für Mario war. Das ist so meine insgeheime Hoffnung, muss aber sagen, ich bin vorsichtig pessimistisch. Große Fußstapfen, ja. Die schaffen das eben, also ich glaube nicht, dass sie es schaffen, aber ich lasse mich gerne überraschen. Sonst habe ich tatsächlich auf das vom Summerfest nicht wirklich die großartigen Erwartungen. Es gibt auch das Xbox und Bethesda-Fest. Da sind meine Erwartungen schon weitaus höher. Logischerweise, ich glaube, das will jeder neue Starfield-Footage, weil wir hatten jetzt diesen Trailer, alles sind super gehypt, obwohl keiner weiß, was es eigentlich ist. Ich glaube, das wird diesem Spiel am Release nicht gut tun, dass jetzt schon alle so Hype drauf sind, obwohl man gar nichts weiß. Vielleicht haben sie es deshalb verschoben, ja. Mag sein, aber ja, Bethesda, Sci-Fi kann funktionieren. Ich hoffe, nach den letzten Fehlschlägen hauen sie mal wieder was richtig Geiles raus. Das wäre sehr wünschenswert. Und ja, keine Ahnung, vielleicht bringt Bethesda eine 460. Version von Skyrim raus oder was auch immer, aber ich glaube, die großen Erwartungen liegen bei Starfield. Ein Teaser fürs nächste Elder Scrolls wäre natürlich interessant. Zwei habe ich noch, habe ich gesehen jetzt, ist mir angefallen. Die zwei Star-Wars-Titel, Star-Wars-Eclipse und das Remake von Knights of the Old Republic. Da hätte ich gern. Bei Star-Wars-Eclipse glaube ich tatsächlich nicht, dass wir was finden, weil das macht Quantic Dreams und die lassen sich immer 40 Jahre Zeit. Und ich glaube, das ist noch zu sehr in den Kinderschuhen, als dass man da wirklich fertiges Gameplay zeigen könnte. Kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, bei Knights of the Old Republic ist Gameplay schon machbar. Ein Gameplay-Trailer davon, das würde ich mir sehr wünschen. Ja, ein Final-Fantasy-Event haben wir noch. Ich weiß nicht, bist du Final-Fantasy-Spieler? Nein, ich habe probiert, also ich habe den Siemer ja damals nie gespielt und da gab es jetzt vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, ich bin zwar in einem Blur, kam ja das Remake quasi, also sie haben es ja angekündigt, dass Final-Fantasy-7... Also quasi episodentechnisch, gell? Genau, genau. Und die erste Episode ist quasi erschienen und man wusste aber nicht, wann die zweite erscheint. Es gibt kein Release-Datum, es gibt gar nichts und da erwartet man jetzt, dass sie quasi zum zweiten Teil quasi zu Final Fantasy-7 was verraten. Wir gehen im Eiltempo weiter. Nintendo ist am Summer Game Fest nicht vertreten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie halt den ganzen Hype drumherum, den lassen sie nicht entgehen, wahrscheinlich nicht zeitgleich, sondern kurz davor oder kurz danach, werden sie, glaube ich, eine Direct ankündigen, eine spontane. Und wenn es keine eigene ist, dann vielleicht eine Pokémon Direct oder irgendwas. Aber hoffentlich vielleicht noch ein letzter Trailer vielleicht zu Breath of the Wild 2, wobei jetzt kam erst der letzte, es ist vielleicht ein bisschen zu kurz. Oder natürlich das Riesending Metroid Prime, falls das irgendwann nochmal erscheint. Ja, zu wünschen wäre es natürlich. Absolut. Gerade das letzte Metroid, glaube ich, hat ganz gut funktioniert. 2D halt und jetzt vielleicht nachschießen. Samus hätte es sich verdient. Absolut. Ich meine, Nintendo und ich haben ja eh eine sehr eigene Beziehung zueinander. Sie haben ja noch 15 geile Reihen und Marken, die sie einfach nicht benutzen. F-Zero oder Star Fox oder irgendwas in der Richtung. Ich hoffe, darauf hoffe ich so immer insgeheim. Aber man darf sich ja nicht so viel erwarten, sonst wird man enttäuscht. Aber Nintendo ist auch tatsächlich einer der zwei Entwickler, die im Juni tatsächlich ein Spiel haben, über das es sich zu reden lohnt. Absolut. Und zwar Mario Strikers Battle League Football. Ja, sehr gut. Ich hätte den Titel nämlich nicht mehr gewusst. Ja, also du musst ja einfach so ein paar krass klingende Worte nehmen. Eben, es fehlt ein Deluxe oder Mega oder Giga hätte auch noch reingepasst. Oder Ultimate. Und ich bin tatsächlich extrem hyped auf dieses Spiel, weil ich hatte das erste für den Gamecube, das zweite für die Wii. Und ich hätte mir, ich habe es vor, kurz bevor es angekündigt wurde tatsächlich, habe ich mit einem Freund darüber gesprochen und meinte, ich glaube nicht, dass es einen Nachfolger jemals geben wird, weil ich weiß, ich kenne die Verkaufszahlen jetzt nicht, aber ich glaube, es war jetzt nicht so ultra erfolgreich. Ich glaube, so zwei oder drei Millionen habe ich mal gelesen, der letzte Teil. Ja, ist okay. Ist okay, aber natürlich für einen Nintendo-Titel. Genau, also jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich brauche das unbedingt. Und ich, dadurch, dass aber Mario Golf nochmal kam, dachte ich mir, okay, why not? Trotzdem hat es mich extrem überrascht, als ich es angekündigt habe. Haben wir schon gesagt, um was es geht überhaupt? Ah ja, Mario Strikers Battle League Football. Sorry. Ist im Endeffekt Fußball, nur ganz ohne Regeln. Also, ja, man nimmt halt Nintendo-Figuren und stellt sie auf ein Fußballfeld und man hat halt Items und kann sich gegenseitig tacklen und verbrennen und gegen die Wand schießen und Supersmash-Ultraschüsse abfeuern und sowas. Es ist im Endeffekt genauso, wie man sich ein Mario-Sportspiel vorstellt. So, die Prämisse ist Fußball, aber eigentlich hat das überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Fast Rugby dann, ja. Und das finde ich so spannend und der Marke, dass sie eigentlich relativ brutal ist. Also, es ist jetzt, fließt kein Blut, aber eben, du kannst die Leute in einen elektrischen Zaun stoßen und rempeln und so. Ich finde das ja fast untypisch für Mario. Voll. Also, es hat ja auch quasi, der letzte Teil, Novi hatte schon fast so einen düsteren Vibe. Aber es ist ja cool, ich mag diesen Artstyle, die die da gewählt haben. Und im Neuen kannst du dir eben auch dein Team wieder komplett zusammenstellen. Und was besonders cool ist, pro Team sind halt vier Spieler und man kann bis zu acht Leute auf einem Fernseher, auf einer Konsole zocken, vorausgesetzt man hat halt acht Joy-Cons. Aber das finde ich eine richtig coole Idee, weil das ist quasi Multiplayer at its best und von Haus aus kann das nur chaotisch werden. Aber ich glaube, das bietet Potenzial für wirklich, wirklich witzige Multiplayer-Runden. Um acht Leute in einen Raum zu bringen, wird das schon heftig, aber ich glaube, also Nintendo hat ja auch online mittlerweile entdeckt, also es geht ja auch... Ein Rank-System haben sie jetzt auch drin. Genau, du kannst Clubs gründen, habe ich gelesen, dass du quasi irgendwie dich halt messen kannst mit Freunden, also du kannst eine eigene Liga quasi machen. Also es hat alles so quasi, um so ein Sommerhit zu werden, so praktisch unterwegs auch irgendwie zu zocken oder du sagst dann gemeinsam mit Freunden. Er erscheint am 10. Juni, Vollpreisspiel und ich schätze mal, du wirst dann den Test für uns machen. Das wird höchstwahrscheinlich passieren. Ich bin sehr, sehr hype drauf. Ich glaube, es kann nicht wirklich viel schief gehen dabei, weil sie müssen im Endeffekt nur das machen, was sie beim letzten Mal gemacht haben mit ein bisschen mehr Content und das, was man bis jetzt gesehen hat, finde ich, das alles Richtung Erfolg. Also ist jetzt mal meine Einschätzung. Das zweite Spiel, das kommt, über das wir reden sollten, wäre der neue Diablo-Ableger. Der einstige April-Scherz von Blizzard, für den sie auf der BlizzCon damals ausgebucht worden sind, kommt jetzt im Juni raus. Alex, wieso ist das so problematisch oder wieso umstritten? Also es war tatsächlich sehr unangenehm. Ich glaube, es war vor vier Jahren, ich glaube, es war 2018, wo sie es wirklich angekündigt haben und gesagt haben, wir haben unser erstes Mobile-Diablo und Free-to-Play und das hatte damals einen, glaube ich, noch schlechteren Ruf als jetzt und ja, also man kann sich es vorstellen, wer Diablo kennt, also die Formel ist gleich. Du hast ein Action-Rollenspiel quasi, in dem du, ich glaube, sechs Klassen zum Start geben, also Paladin, Barbar, Magier und es geht darum, Monster zu schnetzeln und Items zu sammeln. Eigentlich geht es nur um Items sammeln, aber dazwischen musst du Monster schnetzeln und wenn du quasi durch bist durch das Spiel, weiß nicht, wie viele Akte es haben wird, dann startest du von vorn, alles wird ein bisschen schwerer und die Items werden ein bisschen besser. Gut. An der Formel wird offenbar nichts geändert. Jetzt kommt natürlich noch die Geschichte, es ist gratis. Fein als Einstieg. Schwierig für Hardcore-Fans. Aber genau, also wie verdient jetzt Blizzard Geld, weil das ist ja nicht unerheblich, wenn du ein Spiel entwickelst, weil es erscheint jetzt auch für PC, das ist ja erst vor wenigen Wochen angekündigt worden, es ist eh kein Mobile-Game, es ist auch ein PC-Spiel. Okay, aber eigentlich quasi ist es nur so eine Kurve zu kratzen. Ja, aber es wird auch für PC, also es wird Maus-Tastatur unterstützen, du kannst am Tablet quasi auch oder am Handy mit Controller spielen, also es wird alles unterstützt. Gut, aber wie verdienen sie Geld? Es ist ganz einfach, es gibt ein Battle Pass, wie bei allen Free-to-Play-Spielen mittlerweile, und dann gibt es natürlich noch einen fetten Shop natürlich, wo du wahrscheinlich... Für Skins und sowas. Genau, Skins, einfach fette Flügeln oder was früher bei Blizzard immer war, wenn du die Collectors Edition kauft hast, dann hast du irgendwelche Goodies bekommen, die sonst keiner hatte und das wird jetzt halt mit Echtgeld bezahlt. Ich glaube, zum Runterladen sich anschauen, ist es für Diablo-Fans, glaube ich, auf jeden Fall einen Blick wert. Ob es dann im Long Run zu massiv Geld verlangt, würde ich jetzt nicht ausschließen wollen. Aber ja, Mobile-Games halt, da muss man halt irgendwie versuchen, was rauszukriegen. Aber du siehst, wenn wir das als Highlight nennen, natürlich auch wegen dem Namen, der Juni ist tatsächlich kein Wonnen-Monat. Die Leute sollen rausgehen. Aber im besten Fall haben wir dann in der nächsten Folge, wenn diese ganzen Shows waren, einiges, worüber wir sprechen können. Da bin ich fix davon überzeugt. Dementsprechend würde ich sagen, wir belassen das hier und wir freuen uns gemeinsam auf hoffentlich Sonic und Elder Scrolls und Elden Ring und alles, was uns am Summer Game Fest geboten wird. Sagt uns noch sehr gerne unten in den Kommentaren, worauf ihr euch im Juni freut oder was ihr hofft, was angekündigt wird und was ihr von dem Mobile Diablo hält. Das würde mich brennend interessieren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung. Vielen Dank.